Halt, du Arschhoff, du Hutze, Hedda! Oh, Wichser da, du bist die Arschhoff, Hedda! Und jetzt muss ich dir Waffe kaufen, oder? Ja, Waffe, ich weiß noch, ich hätte den Schädel alle geschnitten. Ja, Arschhoff, Hedda! Hey! Er hat die Schusswaffe, ihr Wichser, Hedda! Scheißkanacken, Hedda! Hey! Er hat die Schusswaffe, der ist im Unternaht her, sie sind drin, der hat seine Waffe geladen. Ja, ich bin ein Wachscher, du bist ein Wichser, ein Wichser, was macht ihr im Schals? Ja, und was macht ihr im Schals? In der Haarzt-Wier-Gegend, in der Zirnkirche und kein Wiesel? Ich weiß nicht, die sind vielleicht stattfand in Behandlung. Ja, wir haben doch den Herzen gesührt, wie du Arschhoff, Hedda! Ich hab nichts geteilt mit dem Schalz! Ja, ich hab nichts geteilt mit dem Schalz! Ja, ich hab nichts geteilt mit dem Schalz! Ja, warum sind sie nicht? Ja, warum sind sie nicht? Ja, und ich hab nichts geteilt mit der Animpfen. Ja, ich hab nichts geteilt mit dem Schalz! Ja, ich hab nicht den, wie du ausländisch, ich hab nichts geteilt mit dem Schalz! Ja, ich hab nicht gemacht! Ich hab nicht den Schalz! Es ist nicht so, man, wenn man es nicht mehr wird, die Menschen stehen, in den Kκιnäun zu retten. Dann sind die Menschen im Vergleich zu einer anderen Seite. Das hat eine solche Nase an Slavisch. Aber sie nicht, das ist das Ding. Wir haben sie hier für Sie, Sie können vollkommen.